Stell dir vor, in deiner Stadt gäbe es Internet über WLAN nicht nur bei den Leuten zu Hause, sondern überall. Auf der Straße, im Café, wohin du auch gehst. Kostenlos und frei für alle. Wir hatten eine Idee. Und wir machen es einfach. Unkommerziell und legal. Für ein freies Internet. Auch für dich. Vielen Dank.